hallo und herzlich willkommen zu meine kraft auf ein high pixel server ok alles in ordnung so ist sollte ich ja nicht gleich eine einladung kriegen ich soll einmal wieder mit nervigen bengel spielen hier so wenn er da mal online kommen würde um das wo der wo sind ein party sicherlich also das war ja auch nichts erspart jetzt werde ich schon wird gemobbt so nun muss ich machen muss ich jetzt machen was jetzt ok was muss ich tun also gehen starten 50 von nun ja mal schauen ein wikinger sollen wir bauen ein wikinger bauen wir haben uns einen wikinger zu bauen wir sollen ein wikinger bauen ein wikinger verdammte scheiße noch mal das ist ja das ist ein baum jetzt dann so 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 wollten wir das jetzt machen jetzt wie willst du den bauen jetzt dann brauchen wir einen eigenen wikinger schwarzes das ist egal dass er nicht dann obwohl die haben braune lederschuhe braun 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 was nehmen wir denn da braun hier haben wir das ja das dunkle braun braun das wollte ich haben hier aber das geht nicht was denn das block ist das server das ist nicht erlaubt ja wie soll ich denn da was aus braun machen das geht nicht wir sollen das gehen wenn wir so die steine oder die klötze oder graue wolle schwarze wolle hier schwarze wolle braune wolle braune wolle braune wolle geht wolle geht alles klar ich brauch doch wohl grundschneiden ich brauch nur wolke und scheinbar nicht ein blöcke brauche ich auch nicht oder ein blöcke vielleicht doch noch nicht na egal aber der hat schon ein bisschen mehr übung wie ich gesehen so man hat aber braune schuhe also so 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 jetzt shall we belegen und Da brauche ich zwei von, und es hat einen Full-Schuh. Obwohl, ja, ich muss ja hier ein bisschen höher machen die Schuhe, ne? So. Da weiß ich gar nicht, ob wir die Schuhe machen. Keine Ahnung, wie man so Schuhe macht, ne? Ach, das sieht kacke aus. Wie Zeit habe ich noch? Ich habe ja gar nichts denn hier. Wie baut man ein Winger? Das ist auch kacke, ein Gebäude bauen oder so. Eine Figur bauen, das ist doch ätzend. So, drei Minuten noch. Jetzt zwei. Mach ich so wieder. Kopiere einfach mal. Mhm. So. 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 Und dann kommen die Beine. So. 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 Fliegen, 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 fliegen. Jetzt brauche ich hier Naturfarben. So. So. also das wird ich dann hier hallo ist du dich dran hau ab von meinen hier ich kann ja gut sollte mein wikiger bauen und mann wo ich glaube wir hätten es zusammenbauen müssen ja aber ich habe keine ahnung wie er bauen wollte dass du mein teamsweg zusammen drauf sein das wäre besser kann man sich besser absprechen also brauche ich zeit jetzt um die mülle abzubauen gut dann baue ich ein schwert ich brauche eisen heißen 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 blöcke noch ein block oder diamant was ich glaube dass ich da baue das war noch das schwert wollte ich ach so er hat da was geboren ist auch okay ja alles klar die nase fehlt naja was das mhm aber ich habe es besser hier okay Was ist das? Auch wenn wir ein Schiff bauen können, sieht's ja. So, und jetzt? Ach, wir haben auch ein Schiff einfach gebaut. Ah, ja, ja, Bikinger Schiff, alles klar. Ja, das ist unser, ganz ordentlich gemacht, ich hab nur leider nicht so viel dran gebaut. Hoch. Achso, da ist vorne. Ups, dann haben wir schon beim nächsten Mal nicht viel Zeit zum Gucken. Hat nicht viel Zeit zu gucken, was ist das denn für einer? Ja, das sieht sehr krass aus, aber das ist irgendwie geil. So. Und der hier? Der sieht nicht fertig aus, oder? Mhm. Okay. Muss man irgendwo Voten für einen, oder wie läuft das? Ah, okay. So. Was kommt jetzt? Thema Kabine. Warte, hier keine Kabine, wie machst du das? Thema Lighthouse. Was ist ein Lighthouse? Hör. 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 Oh, hier bin ich allein. Okay. Hör. Ah, das auch. Oh. Innocent. Achso, das ist jetzt ein anderes Spiel. Hä? Okay. Okay, du suchst das hier gut? Ähm, Sir, das ist einfach nur so. Ähm, du musst Gold sammeln. Zehn Gold, wenn da hast du einen Bogen drin. Damit sollst du den Mörder schießen. Dann muss man rausfinden, wer es ist. Aber dann muss ich zehn Gold haben. Ja. Du kannst doch rennen. Mhm. Du kriegst aber noch. Okay. Zehn Gold, süßer. Du brauchst zehn Gold, dann kriegst du eine Waffe. Dann muss man die Mörder finden. Und schon zwei. Hm? Da hatte ich noch eins. Was haben wir im Augenblick gesehen, ne? So. Gewinn. Ah, die Runde gehen raus. Das ging ja schnell. Okay. Papa, ich hab den Mörder getötet. Alter, was das? Ich hab den Bogen genommen. Okay, ich hab ja noch Geld zusammen gehabt, um einen Bogen zu kaufen. Ich weiß auch gar nicht, wie es geht, um einen Bogen zu kaufen. Hm. Ah ja, okay. So. Alles klar. Okay. Eine Runde machen wir noch. Und dann ist auch Schluss für heute. So. So. Hule, Innozent. Ich bin also nicht schuldig. Ich bin schon mal der Friedliche. Ja. Genau, das sagen sie alle immer, ne? So. Das ist Gold. Da ist jemand tot. Da ist jemand tot. Ist tot. Ich bin. Ops. Ich hab gar nichts gemacht. Okay. Na ja. Das sind nicht mein Ding hier irgendwie. Alles klar. Ja, das war mal eine kurze Folge. Einmal, ja. Ich hab mein Sohn mal angefangen getan. Einfach mal mitspielen. Alles klar. Ja. Mach mal noch eine Runde. Eine geht noch. Eine Runde kräpen auch. Ja. Ja. Äh. Achso. Okay. Dann kannst du ihn ja in der Hand. Ah, super. Und dann abschießen, ne? Ja. Du kannst auch rennen. Wie erkenne ich den Mörder? Du darfst, du musst keinen Sohn sammeln. Du hast schon einen Bogen. Achso. Und du kannst ihn für immer schießen, ne? Achso, okay. Dann kannst du ihn ja abwerfen für andere. Nein, kannst du nicht. Ach, kann ich nicht abwerfen. Schade. Nichts kann man da abwerfen. Ah, wie doof. So. Und wie erkenne ich den Mörder? Was? Wie erkenne ich den Mörder? Ähm. Mit dem Bogen. Wenn du ihn erschießt. Ja, aber wie erkenne ich den Mörder? Ähm. Wenn der an Schwert in der Hand fällt. Achso. Judith. Ähm. Ich hab ihn gesehen. Okay. Legen. 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 So, Rolle, Mörder, Können, Mörder, okay, alles klar, fertig. So, wie mörde ich jetzt jemanden? Achso. Ich darf noch nicht. Achso, ich muss schwer ziehen. Warte ich noch ein bisschen, wenn ich schwer ziehen. So, jetzt ist es los. Der hakt aber toll. Wieso hakt das so? Ich kann gar nicht gehen. Den kriege ich. Den kriege ich, den kriege ich. Top. Ich glaube, wir sind alle mit einem Schlag tot. Dann bin ich mit einem Pferd unterwegs. Zack. Da ist einer. Oh, ein Grinsemann. Komm her. Papier. Komm her. Was denn? Da ist er. Ich denke, so zweidimensional ist das Problem. Ich würde eigentlich wegspringen können. Was denn? Loser, schade. Okay, habe ich nicht geschafft. Okay. Na gut. Das war's. Alles klar. Ciao. 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 . Ciao. Ciao. . Vielen Dank.